Im Stadtzentrum von Los Angeles halten skrupellose Verbrecher am helllichten Tag. Ja, hallo meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zur Rückrunde von Heist auf Downtown. Ich muss mal ganz kurz gucken. Schwerer Lauf. Äh, b-b-b-team. Tarnow. Ähm, wir zurecht natürlich mal gucken, ob das beim Ruf schon alles... Da kommt der Truck! Los geht's! Hier, jetzt fährst du! Ah, das ist kacke. Ja, der packt schon richtig gut. Das ist perfekt. Das ist sehr gut. Aber da kommt schon der Spawn-Trag da oben. Das war der leichte Teil. Und los! Los, 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 los. Sehr gut. Fahr, 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 fahr. Das ist unterwegs zum Übergabepunkt. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Wirst du aufs Hochhaus? Jetzt ins Hochhaus, oder? Könnte eine sehr kurze Runde werden. Oha, 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 oh. So, das erste Paket ist sicher, würde ich mal sagen. Oha. Kommt der denn her? So, nicht mein Freund. Feuer frei! Ach so, weil das ein Spawn-Trag ist hier. Na komm, geht kaputt Äh, die werden hier richtig schön platt gemacht, die Jungs Au, ernsthaft, Arsch Äh, gibt's denn da, Alter, ernsthaft, dass du die ganze Zeit nur mit dem Auto rumfährst Das ist ja traurig Ähm, ich glaub, das ist so ne kurze Runde Dass ich die mit an die andere Runde dransetzen werde Ich glaub, das war's wirklich jetzt schon Nicht mehr weit Die Cops dürfen uns jetzt nicht aufhalten Hier kommt ein wenig Und, 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 und Jawoll Ja, war ne, äh, sehr kurze Runde Ich glaub, ich hab keine Kills gemacht Schade Werden wir definitiv an die andere Runde mit dranhängen Tut mir leid Deshalb, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Bis dann, ciao Ciao